Mini Metro heißt dieses Spiel hier. Mini Metro. Metro ist klar, es ist ein Spiel rund um U-Bahnen. Das seht ihr hier schon an den U-Bahn-Plänen auch, die ihr als Großstadt-Kinder wahrscheinlich auch gut kennt, als Landeier ebenfalls dann, wenn ihr mal die Großstadt besucht. Es geht in diesem Spiel ja darum, dass man einen gut funktionierenden U-Bahn-Fahrplan baut, dass man Linienführung so perfektioniert, in einer minimalistischen Grafik, dass man die Passagiere möglichst effizient hier von einer Station in einer Großstadt zur nächsten transportiert und dass man verhindert, dass die U-Bahnhöfe überfüllt werden. Klitzekleines Spiel, entwickelt von Zwillingen, von zwei Zwillingen aus, Neuseeland. Ich weiß, das klingt jetzt wie ein etwas kitschiger Film, aber es ist tatsächlich so. Dinosaur Polo Club heißt dieses Entwicklerstudio der beiden neuseeländischen Zwillinge und auch das klingt jetzt eher wie der Titel eines Independent-Films. Das sind zwei junge Burschen, Peter und Robert Curry, die in Neuseeland zuerst beim größten oder bei einem der größten Entwicklungsstudios dort gearbeitet haben, dann ausgestiegen sind und ja, dann verschiedene eigene Projekte versucht haben zu realisieren und das hat nicht immer so gut geklappt, bis sie dann schließlich hier dieses Spiel gemacht haben. Mini Metro, das ist als Early Access erschienen aufs Team bereits August 2014. Es hat eine Weile gedauert, bis es dann fertiggestellt worden ist und seit wenigen Tagen, seitdem, 6. November 2015, kann man das jetzt kaufen. Auf welchen Plattformen, welchem Preis, das erzähle ich euch am Schluss dieses kleinen Videos, wo ich euch dieses Spiel hier vorstellen möchte. Worum geht's? Zeige ich euch am besten gleich mal in-game, indem man sofort eine kleine Partie spielen. Es gibt zwei Modi, es gibt die täglichen Herausforderungen und es gibt die unterschiedlichen vorgefertigten Standardkarten. Vorneweg ein kurzer Blick in das Optionen-Menü. Ihr seht, Auflösung kann man verändern, zig Sprachen zur Auswahl. Also falls ihr nicht in Deutsch spielen sollt, spielen wollt, sondern in irgendeiner exotischen Sprache aus irgendeinem fremden Kontinent oder einem fremden Land, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Sprache hier findet, gar nicht mal so schlecht. Das finde ich auch ganz süß. Schaut mal, Nachtmodus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Grafik sich anzeigen lässt, je nachdem, was man für stimmungsvoller oder für deutlicher hält. Okay. Ein Tutorial gibt's auch. Das startet übrigens automatisch, wenn man das erste Mal das Spiel aufruft. Es gibt kein Handbuch, es gibt auch kein In-Game-Lexikon und das sogenannte Tutorial, das sind auch keine Textmeldungen, die da eingeblendet werden. Sondern es ist einfach nur eine Basisversion eines Spieles, das langsam abläuft und wo noch langsamer als sonst auf noch kleineren Karten allmählich alles freigeschaltet wird. Man kommt gut rein und das Spiel erklärt sich fast wie von selbst. Man tüftelt ein bisschen aus, probiert rum und schon hat man das Spiel begriffen. Leicht zu erlernen, wie leicht es zum Meistern ist, das schauen wir uns mal zusammen an. Im Modus Spielen, ja, vorneweg. Tägliche Herausforderungen sorgt dafür, dass die Langzeit-Motivation hoch bleibt, dass man ständig neuen Stoff bekommt zum Spielen, denn jeden Tag gibt es ja eine neue Karte von den Entwicklern hochgeladen und dadurch hat man also ständig neue Herausforderungen und man kann sich dann auch vergleichen mit den Ergebnissen, die jemand anders schafft. Ich zum Beispiel habe jetzt die Herausforderungen des heutigen Tages auch schon mal versucht und war in den unteren 40% aller Leute, die hier ein Ergebnis gebaut haben. Das war nicht so doll. Wollen wir mal schnell diese Seite der Schande wieder schnell wegmachen. Spielen, auf geht's. Zwölf Karten gibt es und die ersten drei, London, Paris, New York City, die sind von Beginn aus freigeschaltet. Um die nächsten freizuschalten, also zum Beispiel Berlin, hätte man davor eine schaffen müssen, habe ich auch geschafft, deshalb könnten wir Berlin jetzt schon spielen und so geht es weiter nach rechts, Melbourne spielen zu können. Das geht erst dann, wenn man 200 Fahrgäste in Berlin befördert hat und so geht es dann weiter mit den anderen Karten. Die Voraussetzung, die Zahl der Fahrgäste steigen an und allmählich kann man dann Karte um Karte freischalten. Wir versuchen es mal mit dem Klassiker, mit New York City, denke ich mal. Und starten mal. Das sind auch wieder der Online-Rank, den kann man sich anzeigen lassen. Ich klicke hier auf Spielen. Vorher zeige ich euch noch die drei unterschiedlichen Modi, die es gibt. Den Standardmodus, Normal, die beiden anderen Endlos, das ist quasi in Sandkasten. Das heißt, Stationen sind niemals überfüllt. Man kann in aller Ruhe rumbasteln. Im normalen Modus, den wir gleich auch spielen, ist ein Spiel dann beendet, wenn eine der Stationen, die auf der Karte sind, dauerhaft überfüllt sind. Das heißt, es läuft dann plötzlich ein Timer ab, wenn man die Passagiere längere Zeit nicht abgeholt hat. Und das war es dann. Wenn der Timer abgelaufen ist, dann ist das die ganze Partie beendet und dann kann man nur noch mal neu spielen. Dann gibt es noch den Extremmodus. Der ist im Prinzip so wie der Normalmodus, aber gebaute Strecken lassen sich nicht mehr ändern. Man kann also nicht mehr Strecken abreißen oder die Streckenführung ändern oder andere Sachen machen. Und da stelle ich mir verdammt schwer vor. Und das ist sicher schwerer als das, was ich mir hier für dieses Video mit euch zumuten möchte. Also wir machen den normalen Modus hier. Und auf geht's. Machen wir mal eine Probepartie. Stimmungsvolle Musik im Hintergrund. Noch startet die Partie nicht. Erst dann, wenn wir hier anfangen, die erste Linie zu führen. Jede Karte beginnt mit drei Stationen. Und man zieht einfach so. Kann man Linien konstruieren. Wenn man eine Linie nicht haben möchte, dann geht man unten hier, glückt, drückt man auf den kleinen Kreis und kann eine Linie auch wieder entfernen. Und indem man das hier gedrückt hält, kann man die Linie dann hier rüberziehen und hier rüber. Man startet mit einer begrenzten Anzahl von Loks von zwei hier. Am Anfang reicht auch eine. Hier oben seht ihr die Zeit, die abläuft. Wochentag für Wochentag. Und es wird angezeigt, wie viele Fahrgäste man transportiert hat. Und je mehr Fahrgäste man schafft, bis einem die erste überfüllte Station um die Ohren knallt, desto besser. desto besser ist das Ergebnis, das man erzielt hat. Und das sind fast schon alle Regeln. Ich kann jetzt auch noch eine grüne Station, wenn ich möchte, einrichten. Die Karten, in dem Fall die Karte von New York City, also der Hintergrund, wie die Wasserwege laufen, wo man Tunnels bauen muss und Ähnliches, das ist natürlich immer dasselbe auf diesen Karten. Aber wann neue Stationen aufploppen und wo diese Stationen liegen, das ist alles zufallsgeneriert. Auch dadurch gibt es einen gewissen Wiederspielwert. So, und jetzt machen wir mal folgendes. Jetzt machen wir erstmal alles kaputt, was wir bislang hatten. Und fangen wir an, ein bisschen hier zu zaubern. Von hier nach da, nach da, nach da. Das ist Station Nummer 1. Das ist die Linie Nummer 1. Und dann machen wir noch eine hier, die hier rüberführt. Und dann hier hin. Nein, das war Quatsch. Das mache ich wieder rückgängig. Ich halte das einfach gedrückt und mache das wieder hoch. Oh, jetzt habe ich etwas zu viel rückgängig gemacht. Ich mache das hier nochmal neu. Ziehe hier rüber. Ziehe jetzt hier hin. Und von da nach dort. Und gucke jetzt auch, wie das mit den... Hier kann ich noch eine zweite Lok einsetzen, wenn ich möchte. Hier kann ich auch eine zweite Linie bauen. Das ist auch notwendig. Und das mache ich einfach... Na, ich mache statt einer neuen Linie. Ziehe ich hier die einfach hier rüber. Dann wird die hier automatisch mit dazugehört. Zweite Woche geholt. Zweite Woche. Ich bekomme eine Lok und kann auswählen, ob ich eine neue Bahnlinie bauen kann oder Brücken. Und ich nehme mal weitere Brücken. Da waren doch hier viele. Und jetzt setze ich hier eine weitere Lok ein. Ich kann mir die aussuchen, wo die steht. Und baue auch hier jetzt noch eine Lok. Ich gucke, dass die so halbwegs fahren, in gleichmäßigen Abständen fahren. Hier ist mittlerweile eine neue Station entstanden. Oh, jetzt wird es langsam etwas kompliziert. Habe ich noch eine weitere Strecke? Ja. Dann mache ich... Ziehe ich hier rüber. Und dann hier hin. Und das hier ziehe ich wieder zurück. Ziehe ich stattdessen hier hin, da hin, dort hin. Oh, das gibt es da nicht. Achtung, jetzt habe ich keine Lok, die hier eingesetzt wäre. Das heißt, ich habe drei Loks insgesamt. Ich mobs mir mal hier die Lok. Nehme die, ziehe die hier rüber und setze die hier ein. Ich bräuchte... Man kann übrigens auch neue, weitere Waggons dranhängen. Die muss man aber auch erst mal freischalten. Und schon wieder eine neue Station. Ziehe ich hier mal rüber. 108 Passagiere bislang. Hier wird es schon langsam kritisch. Das ist hier ein Verkehrsknotenpunkt, der zu selten angefahren wird. Und jetzt fusche ich mal ein bisschen. Die beschleunige ich, die setze ich hier hin. Oh, das hat nicht geklappt. Hier läuft schon der Ticker, hier ist ein kürzer Schicht... Schichtänder. Das ist nicht gut. Ich nehme die. Die braucht auch zu lange hier. eine neue und einen weiteren Waggon. Das ist Gold wert. Dann werde ich mir hier die neue Lok einsetzen und spendiere dir auch gleich einen weiteren Waggon. Dann hat man die Krisensituation hier bewältigt. Hier entsteht eine weitere Station. Falls ihr euch jetzt fragt, ist das... Vielleicht sieht es ja jetzt so aus auf den ersten Blick, als ob man ruhig alles ganz kompliziert und chaotisch machen könnte. Ist aber so nicht, denn die Leute wollen ja von einer bestimmten Station zur nächsten und wenn man die sehr lange Wege fahren lässt, dann sind die auch viel unterwegs und nehmen viel Kapazität in Anspruch in den Loks und in den Waggons und dann ist die Strecke potenziell auch voller. Das heißt, man sollte deshalb allein schon deshalb versuchen, dass man nicht zu unökonomisch baut. Deshalb mache ich jetzt auch mal... Mache ich das mal so, in der Hoffnung, dass sie dann kürzer unterwegs sind. Hier ziehe ich rüber. Was habe ich? Keinen Waggon, keinen Lok. Ich hätte... Ja, und eine weitere Stadt noch. Ziehe ich gleich hier rüber. Bei den Stationen sieht es eigentlich ganz gut aus. Keine ist gravierend überfüllt. Im Augenblick läuft es ganz gut, aber es entstehen halt laufend neue Stationen. Das hier ist ein Verkehrsknotenpunkt, auch deswegen, weil ich da einfach ständig hinfahre. Da wollen viele Leute umsteigen dann auch. Ich hätte gerne noch eine Lok oder noch einen Waggon, weil hier gibt es bald wieder ein Problem. Jetzt kommt hier eine Lok an mit einem Einer-Waggon und noch eine Lok und baut er wieder einiges ab. Das ist schön. Jetzt hier unten, das ist ja doof. Ziehen wir den hier hin? Eine neue Lok. Und Waggon oder Brücken? Waggon? Mal gucken, ob das klappt. Ach, jetzt fehlt mal die Brücke. Das wäre schön gewesen. Dann mache ich was anderes. Dann ziehe ich den hier hin. Ich habe einen Lok, einen Waggon. Die kann man übrigens auch nahträglich hin und her schieben. Insofern beobachte ich die Situation jetzt erst mal. Ich habe nur eine Lok hier unterwegs auf der lilafarbenen Strecke. Das ist duftig. Ja, das wäre gut, hier die Lok einzusetzen. Einen Waggon habe ich noch in der Hinterhand. den scheine ich im Augenblick noch nicht zu brauchen. Hier knubbelt es sich langsam, aber hier kommt auch gleich eine Bahn. Langsam lohnt es sich vielleicht sogar eine weitere Strecke einzurichten, aber dafür habe ich glaube ich auch keine Lok mehr. Diese langen Umfahrfahrten, das ist nicht so der Bringer. Oh, noch eine weitere Station. Hier noch eine. Autsch, ist jetzt langsam unangenehm. Aber hier fahren relativ wenig Leute. Ich ziehe die mal so runter, die hier hin. Die hier hin. Ich mache die grüne Strecke auf Kosten der Roten etwas länger, aber die... Oh Gott, hier ist jetzt noch einer. Eine weitere Lokomotive und Waggon oder Brücke. Ich glaube, ich brauche noch eine Brücke. Sicher, sicher. Und jetzt kann ich auch die Streckenführung hier vielleicht etwas verändern. Denn das ist ja teilweise Kraut und Rüben. Die mache ich hier ein bisschen kleiner. Ziehe die hier hin und dann da hin und baue stattdessen eine... Oh, ich kann keine Strecke. Ich habe gar keine Strecke frei. Ja, dann Kommando zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. So, wieder zurück. Jetzt habe ich den hier und alles wieder retour. Nein, das ist jetzt echt doof. Oh Gott, wie furchtbar. Wie war das denn eben? Geht das gut? Nein, das geht nicht gut. Das geht nie und immer gut. Nein, das geht nie und immer gut. Oh je, oh je, oh je. Ziehen wir erstmal hier eine weitere... Stellen wir hier eine weitere Lok rein. Ja, das hier ist chaotisch. Die fahren hier riesen Umwege. Das habe ich noch im Angebot. Noch eine Brücke, noch ein Waggon. Das könnte eher klappen. Hier oben. Sechste. Ein Waggon, ein Umsteigebahnhof. Dann kann man einen Bahnhof besonders groß machen. Dass der mehr Kapazität hat. Aber dafür müsste ich ein Nadelöhr haben. Also einen, den ich unbedingt unterstützen möchte. Wo sieht es am kniffligsten aus im Augenblick? Wie immer hier. Der hier kriegt noch einen. Oh, das hat kaum geholfen. Ich muss auch darauf achten, wo die besonders voll sind. Der hier ist es nicht. Oh, jetzt wird der aber doch voll. Was habe ich hier unten? Noch eine Waggon, noch eine Lok. Die Lilla-Strecke läuft mittlerweile ganz gut. Was ist denn jetzt hier unten? Ja, die grüne Strecke bleibt ein Problem. Aber hier fahren eben zwei volle Loks. Mit zwei Waggons ist eigentlich okay. Hier könnte jetzt ein Problem auftauchen. Wie viele Rote habe ich? Ich habe nur einen Wagen, der die Rote bedient. Ja, dann mache ich das so. Der soll da drüber laufen. Ich weiß nicht, wo man die Waggons nachher noch wieder wegziehen kann. 800 Fahrgäste. Das ist ein nicht geniales Ergebnis, aber noch geht es. Und noch läuft es ja eigentlich ganz gut. Man weiß vorher nie, wie lange eine Partie dauert. Eins ist übrigens doof. Kann man nicht anders sagen. Es gibt keine Speicherfunktion. Oh Gott, da links oben. Da passiert jetzt ein Drama. Mal schauen, ob das genügt. Ja, den Waggon. Eine neue Bahnlinie. Ja, definitiv. Reicht das? Ja. Wo investiere ich die neue Bahnlinie? Also die Lilla-Führung, die ist echt katastrophal. Eine Lok habe ich auch noch. Ich könnte irgendwo eine kleine Entlastungsbahn, vielleicht so eine Schnellbahn, die mehrere verbindet. Wie wäre es denn damit? Ich versuche das mal. Habe ich noch eine Brücke? Ja, eine noch. Hier gibt es gleich ein Problem. Nee. Also machen wir mal eine hier hin. Dann da hin. Ah, wir kommen nicht auf die anderen. Achso, wir können die nicht überqueren hier. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Dann schnappen wir uns die Lok hier. Oh, ich habe keine Lok mehr. Wo ist die Lok? Da ist eine blaue. Die kommt jetzt hier an. Komm, komm, komm. Du musst hier ankommen, bevor der Kreis hier durch ist. Klappt das? Ja, da wird abgebaut. Eine rote Lok ist gleich dahinter. Ich habe nichts mehr zum Aufstocken. Jetzt haben wir hier gleich ein Problem. Oh, was ist das hier links? Hier könnte gleich Ende sein. Immerhin habe ich schon über 1000. Das scheint nicht so gut zu sein, dass ich hier diese Schnellbahn hier gemacht habe. Hier oben ist auch gleich ein Problem. Gleich war es das. Nehmen wir mal die Lok hier. Die blaue hier. Versuch zu retten, was ich noch retten kann. Oh, hier oben ist gleich ein Problem. Eine neue Lok, die ist Gold wert. Und ein Waggon, ja. Die Lok kommt hier hin und kriegt gleich noch einen Waggon. Zwei neue Bahnhöfe. Langsam wird es echt Stress. Nein, da oben habe ich nicht aufgepasst. Das war es. 1142 Fahrgäste ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Vierstellig. Dafür, dass ich das Spiel noch nicht so lange gespielt habe. Nicht schlecht. Ich könnte es im Endlos-Modus fortsetzen. Das heißt, ich könnte quasi sagen, ja, hat mir so viel Spaß gemacht. Niederlage egal. Ich mache als Sandkasten weiter. Ich kann dieselbe Karte auch noch mal versuchen. Ich kann mir auch Statistiken anzeigen lassen. Das ist hier die Statistik. Hier kann ich mir angucken, wie die täglichen Fahrten gewachsen sind. Ich kann mir mehrere dieser Dinge hier anzeigen lassen. Oder auch nur eins oder gar nichts. Und das finde ich persönlich mal ganz schön. Gesamtkapazität und genutzte Kapazität. Und ihr seht, das ist eigentlich ganz gut. Die Loks und die Waggons, die waren meistens ganz gut ausgefüllt. Und zurück. Dann gibt es hier noch zwei nette Gimmicks. Man kann die ja Screenshots machen lassen von der Karte, die man am Schluss hatte. Und, das finde ich besonders hübsch, man kann sich ein GIF, eine GIF-Datei erstellen. Man kann die selber abspielen. In verschiedenen Geschwindigkeiten. Dann sieht man, wie allmählich die Karte entstanden ist. Und wie man hier gearbeitet hat. Finde ich ganz toll. Ganz, ganz süßes Feature. Kann ich von früheren Civilization-Titeln zum Beispiel auch. Habe ich immer schon sehr geliebt. Und, was ich auch sehr witzig finde, man kann sich das sogar abspeichern hier. Und kann das dann irgendwo posten oder sammeln, diese GIF-Dateien. Also, das finde ich wirklich klasse. Und dann noch eine, ganz zum Schluss hatte ich euch ja versprochen gehabt, einen Hinweis darauf, wie es das Spiel gibt auf den unterschiedlichsten Plattformen. Es gibt es also auch als App für verschiedene Smartphone-Plattformen. Und es gibt es auch für verschiedene Betriebssysteme auf dem Computer. Was ich euch zum Beispiel empfehlen kann, in der Textbeschreibung zu diesem Video, da findet ihr einen Link auf Amazon. Einen Shop-Link von mir. Da gibt es eine Box-Version zu kaufen für knapp 10 Euro. Gibt es auf Steam nach meiner Kenntnis im Augenblick auch nicht billiger, wenn man doch direkt kaufen würde. Und dann kriegt man das Spiel halt per Box für knapp 10 Euro. Nebeneffekt, falls euch das Spiel gefällt und ihr euch das kaufen wollt und falls ihr es euch darüber holen würde, dann ein paar kleine Prozentpunkte des Preises gehen dann von Amazon als Provision zu mir. Das wäre also quasi euer Dankeschön an mich, dass ich euch dieses Spiel hier vorgestellt habe. Ja, ich finde es total reizend, total nett. Ich weiß nicht, wie lange die Begeisterung hält, aber ich habe so einen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass es ein Spiel ist, das man einfach immer wieder rausholt, dass man immer wieder so zwischendurch mal spielt und wo man eine Menge Freude haben kann an Stunden oder an Tagen, wo man eine kleine Zerstreuung zwischendurch halt haben möchte. Und was ich auch sehr nett finde, ich finde es total, wirklich total entspannend. Bei aller Spannung, die es hat, zugleich auch entspannend. Und das ist doch eine sehr, sehr nette Kombination, die ich bei Spielen sehr schätze.